Wir wollten über Interstellar reden. Also eigentlich wollte ich über Interstellar reden. Ja, dann red mal. Erzähl doch mal was. Naja, also die Frage aller Fragen war, ja? Blinde erzählen von der Farbe. Erstmal einen Kaffee. Okay. Lecker. Also ich würde jetzt mal in den Raum eine böswillige These stellen. Und zwar Nolan hat Kubrick mit 2001 und Contact den Stinkefinger gezeigt. Wir werden heute nicht spoilerfrei sein, sage ich gleich. Also ich fasse mal ganz, ganz schnell zusammen, bevor du jetzt, kannst du jetzt überlegen, was du drauf sagst. Ich brauche da sowieso mal ein bisschen länger. Ja, das ist uns klar. Lass es extra länger laufen für dich. Lass das brüten. Also ich finde Interstellar ist sehr anschauenswert. Komma. Ja, und dazu kommen wir jetzt gleich. Also zurück zu meiner These. Jetzt sind wir im Spoilerbereich. Also ihr solltet Contact 2001 und Interstellar gesehen haben. Und ich nehme an, du hast auch alle drei gesehen. Sehr gut. Okay, jetzt wieder zurück zu meiner These. Also er zeigt allen den Stinkefinger, weil es ein Film ist, den man verstehen kann. Und der am Ende sogar fast Sinn ergibt. Ja. Da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen. Das sind wir jetzt echt leid. Wir haben das mir so frontal angelegt, als Streitgespräch. Jetzt noch die Outtakes? Outtakes und dann sind wir durch. Das, was du jetzt gerade in den Raum gestellt hast, das impliziert natürlich auf der anderen Seite, dass du Odyssee 2001 nicht verstanden hast. Ja. Wenn wir jetzt mal den Kommentaren bei YouTube folgen, dann bist du wahrscheinlich einfach nur zu blöd gewesen. Ja, bin ich auch. Aber ich muss zu deiner Ehrenrettung sagen, ich auch. Insofern finde ich auch, dass Interstellar sehr viel Anleihen an der Odyssee genommen hat, aber deutlich verständlicher ist. Und es auch nicht darauf anlegt, so kryptisch zu bleiben. Finde ich sehr wohltuend. Das ist übrigens ein Film von Christopher Nolan, der einfach ... Ja, ich muss ganz im Hals. Ein Film, wo man einfach reingehen kann und sich den anguckt. Und der ist die ganze Zeit total spannend, grafisch opulent. Ja. Wird auch über die fast drei Stunden, die sind mehr als drei Stunden, 2,45 oder so. Ja, so knapp drei. Also mir ist er nicht langweilig geworden. Ich habe den gesehen. Ich habe den ... Am Anfang gezielt. Mach weiter. Habe ich schon mal von André Tarkowski erzählt? Wir werden das mal machen. Ich mache mir wieder so ein Lust. Wenn dieses Video eine Million Like kriegt, dann ... Dann guckt er sich auch einen Film von André Tarkowski an. Wir haben auch 100 Likes. 100 Likes. Leute, das geht. Du wolltest noch deinen Gedankgang zu Ende führen, bevor ich dir ins Wort falle. Jaja, ich habe den also komplett gesehen und ich fand den nie langweilig. Und man setzt sich rein und man kann also das wirklich genießen, ohne dass man permanent das Gefühl hat, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, es ist mir alles zu hoch und ich habe den Faden verloren. Also das kommt in diesem Film definitiv nicht vor. Ja, also ich denke, für Leute mit einem IQ, der weiter reicht, als eine Banane zu schälen, ist das so. Und die haben Glück gehabt. Glück, ja. Man merkt auch aber trotzdem Parallelen, auch zu dem Film, den wir nicht nennen wollen, Tenet. Manchmal weiß sich Nolan halt auch nicht zu helfen und dann kommt so in Filme, die wir auch nicht nennen wollen, die Macht oder die Liebe oder das ist halt so, wie bei Tenet. Und wenn man nicht weiter weiß, nimmt man das, um die ganzen Lücken zu füllen. Was ich aber bei Interstellar okay finde, weil sie es eigentlich nachher wieder aufklärt. Also, okay, jetzt machen wir den Bogen von Anfang an. Ich nehme an, ihr habt ja den eh alle gesehen. Ich fand am Anfang, da habe ich gedacht, was soll das? Es gibt auch Science, glaube ich, der so ähnlich anfängt mit Feldern und Bauern. Und was soll denn das? Bis sie dann schnell die Kurve gekriegt haben, dass er eigentlich Pilot, Ingenieur, wie auch immer. Ja, da lässt er sich Zeit, da lässt er sich Zeit mit der Aufklärung. Aber das ist nicht schlimm. Ich erwarte ja diese Aufklärung auch nicht sofort. Also, wenn ich diesen Film sehe und ich habe das Gefühl, der unterhält mich prächtig. Übrigens ist die Filmmusik vom Zimmer grandios. Ich finde, die passt einfach zu dem Film dazu. Sie hat mich nicht gestört. Sie ist mir jetzt nicht so aufgefallen wie Standort Beispiel Flucht der Karibik. Ja, das ist... Der aber auch bei Crimson Tide geklaut wurde vom selben... Ist egal, das ist jetzt ein weites Feld. Ja, ich fand am Anfang, ich habe kurz in mich reingegrenzt, weil man kriegt ja schon ein bisschen was mit von Interstellar. Auch wenn man ihn nicht gesehen hat, kriegt man irgendwas mit Zeitreisen. Oh, sorry, Zeitreisen. Irgendwas mit einem... Ja, doch auch. Interstellar ist eine Zeitreise, ja? Ja. Auch? Ja, mit dem schwarzen Loch und irgendwas mit... Da hat er sie beschissen. Mehr wusste ich nicht. Und dann am Anfang, als das Madder, Merv, da mit dem Geist anfängt und der Bibliothek... Also vielleicht bin ich auch schon so spoilt, wie man im Deutschen sagt, okay, das ist jetzt er. Echt? Das war mein zweiter Gedanke, als die nicht mehr aufgehört hat mit dem Geist. Erst habe ich gedacht, die hat einen Knall. Und dann, okay, die hören nicht mehr auf. Und mit den Büchern und ich wusste ja, dass er irgendwie mit einem schwarzen Loch... Und dann, okay, das ist jetzt der große Bogen, der sich jetzt hier schließt, dass er das wieder ist, der sich selbst... Und damit habe ich jetzt den ganzen Film gespoilert. Das war's, fertig, wir können heimgehen. Ja, aber du bist schon ganz schön versaut. Also nicht so dieses schöne Versaute, sondern dieses... Ich kann keinen Film mehr gucken, ohne vorher schon zu wissen, weil ich schon tausend andere Filme gesehen habe. Also mir ist es tatsächlich gelungen, in dem Film allein durch die Bildgebung mich einfach reinzusetzen. Und habe so gedacht, boah, allein dieser Kontrast von dieser völlig verstaubten Erdoberfläche mit diesen Maisfeldern und dem Dreck und dem... Meine Frau hätte ja in dem Laden da permanent Staub gewischt und wäre nie fertig geworden. Wäre schwierig gewesen, ne? Wo die gesagt haben, sie müssten die Teller immer umdrehen. Ja, ja. Und dann dieses klinisch klare, sobald es in den Weltraum ging. Einspruch euer Ehren, mich hat am Anfang an dem, wie hieß denn, das erste Raumschiff, wo sie sich schon in Kälteschlaf begeben haben... Ich kann mir keine Namen merken. Ja, ich auch nicht. Wer bist du? Da hat mich gestört, dass das war ja neu und das war dreckig. Wenn sie das... Also ich fand das, das wäre jetzt Kubrick nicht passiert, wobei bei dem ist immer alles zu sauber, aber das hat jetzt wieder eine Historie, die jetzt... Viel zu weit aus dem Video führt. Habe ich eigentlich eingeschaltet, ja. Da waren diese Mester Auffallung, diese Basenks, wo die sich da mit dem... Warum sie sich auch immer so reinversenken in das Gelumpe, wo sie eventuell in den Tiefstlaf gehen, dass das dreckig war. Und das hätten sie eigentlich nach der... Also am Ende der Reise hätten sie es dreckig haben sollen. Ich weiß... Die haben vielleicht vorher schon mal getestet. Also das ist viel getestet, das muss ja sicher sein. Also mehr kann eigentlich sicher. Also ich denke mal, dass das auch ein Mittelfinger an Kubrick war, weil die meisten wissen ja, dass 2001 einer der ersten Science-Fiction-Filme war, der es wieder versucht hat. Der ist so alt, dass sie damals kein Bild der Erde von außen hatten, dass sie sich das zusammenraten mussten, wie das aus dem Weltall aussieht. Also Riesenleistung von Kubrick, aber halt auch langatmig ist kein Wort. Und deswegen finde ich es lustig, wenn man 2001 jetzt nochmal... Schau das bitte nochmal an. Diese Andock-Szene, die geht ja gefühlt über drei Stunden in 2001. Während sie hier machen, Autopilot, andocken, Moment. Angedockt. Das ist wirklich so... Ja, auf den Punkt. Wir haben es verstanden. Andocken ist langweilig. Kein Mensch will stundenlang Andock-Vorgänge sehen. Und sie machen das zwei, drei Mal. Ja, mit klassischer Musik. Also bei Kubrick. Bei 2001. Und sie machen das sogar mit. Oh, scheiße, der dreht sich ja viel zu schnell. Das ist kein Problem. Ich passe geschwind die Drehung und passt. Puff. Andocken. Ja. Ich glaube, der Tisch wackelt. Der Tisch wackelt. Mein Schutzbrech klappert. Nein, ist egal. Ja, aber es ist natürlich ein ganz anderer Film. Vielleicht ist es aber auch überzogen zu sagen, er hat versucht, Kubrick den Mittelfinger zu zeigen. Vielleicht hat er einfach nur einen guten Film gemacht. Ja, aber es ist... Hat er sich dazu mal geäußert? Hast du ihn mal gefragt? Habe ich nicht geschaut, nein. Er redet nicht mehr mit mir. Ach so, seit meiner letzten Filmkritik. Seit meiner letzten Filmkritik redet er leider nicht mehr mit mir. Ja, das ist genau. Ich fand aber auch, also spätestens bei den Robotern, als ich den Roboter zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, du hast den Monolithen in das Raumschiff gesteckt. Ja. Das ist... Ja, okay. Das gebe ich zu. Also... Und sogar mehrfach. Mehrfach. Und als er dann zum Laufen angefangen hat, als er auf diesem einen Planeten da, wo er sagt hat, ey, rette sie. Ich habe mir gedacht, der macht jetzt so quack, 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 quack. Und er macht dann so quack, 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 quack. Das war witzig. Also, die Roboter machen gar keinen Sinn. Gar keinen. Also, einen Roboter so zu bauen, das ist... Eher ist ein bisschen unpraktisch. Aber er hatte ja ein Wahrheitslevel, ein Humorlevel und noch was, ne? Also, was Hall nie hatte, den Wahrheitslevel, den man einstellen kann. Und er hat ihn nie auf 100% gestellt. Also, jetzt im Ganzen. Das Maximum war dann 95. Und er hat ihm den Humorlevel. Und ich fand es auch gegen Ende, ne? Wo er dann sagt, er fasst dir dein Humorlevel irgendwie so 80% und... Selbstzerstörung in 10 Sekunden. Ich habe gelacht. Als der Roboter dann zu ihm sagt, und dann, äh, ich stelle ihn runter auf 60%. Und wenn du nochmal mit sowas kommst, dann... Ja, das war... Also, der hat sich ein bisschen selbst auf die Schippe genommen. Das hat natürlich Odyssee 2001 nie. Nein. Also, Odyssee 2001 ist völlig humorlos. Ja. Sinnlos. Also, vielleicht aus Sicht von Hell, der hatte seinen Spaß. Der war ja... Aber das war ja eigentlich eine Geisteskrankheit. Weil er sich widerstrebende Anweisungen... Und hier aber nicht und bla und bla und bla. Also, ein Computer wie du und ich. Wie wir und du. Es war eine klare Referenz auf Hall. Ja. Und ich fand es... Also, im Nachhinein haben sie sogar ein bisschen Sinn gemacht, weil sie waren eigentlich ganz praktisch. Also, szenentechnisch waren die praktisch. Es war alles andere. Sowas zu bauen wie Star Wars und C-3PO hätte blöd ausgesehen. Das hätte nicht wirklich gepasst. Das musste funktional und so quasi ordentlich sein. Ordentlich. Das trifft es. In dem Film. Aber funktional trifft es überhaupt nicht. Naja, funktional war unpraktisch. Unpraktisch, ja. Aber in diese Ordnung des Raumschiffs und des ganzen Interieurs reinpassen. Was ich übrigens ganz hervorragend an dem Film finde, ist einfach diese Darstellung auf den Planeten. Also, diese Stimmung. Da wurde wirklich eine Stimmung transportiert. Am besten fand ich den Planeten mit dieser Wasseroberfläche, wo sie alle irgendwie so knietief im Wasser standen. Das Gebirge. Bei den Bergen da hinten. Das ist eine Welle. Da kommt ein Gebirge. Ups. Ein Wassergebirge. Das war einfach grandios. Das war dann einer von den Filmen, wie ich in der letzten Kritik, die nicht immer so gut ankam, gesagt habe. Ich muss irgendwas mitnehmen aus dem Film. Und da habe ich so ein Gefühl mitgenommen. Das hat mich, der Film hat mich erreicht. Also, da habe ich was gesehen. Das war genial. Wie so ein Bild in einem Museum. Unwirklich. Und in echt sieht man es hoffentlich nie. Aber total beeindruckend. Also, ich mochte da diesen Eisplaneten. Und auch da, als der Medelleminister, erklärt, boah, hier ist ein bisschen kalt, aber total super, super Atmosphäre, super Leute, super Partys hier, alles toll. Und Eisplaneten. Beste Idee überhaupt. Wir siedeln auf einem Eisplaneten. Als er dann plötzlich so umschwenkt, da hat er mich dann erwischt. Da hat er mich erwischt. Wo er dann auf, ich bin der Böse und ich rette mich, wer kann. Ja. Okay, ist das bis zu Ende durch. Aber egal. Das war unerwartet. Und das war auch spannend. Allerdings, mit dem Twist ja ein bisschen, dass er nachher das Funkerät gerade in seiner Reichweite lag. Naja, okay. Das war richtig. An die Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe das Funkerät weggenommen. Ich habe das Funkerät so geblendet von dieser opulenten Optik. Wobei, den Eisplaneten fand ich langweilig. Den haben sie auf irgendeinem Gletscher gedreht in Island. Der war ja schon fast echt. Aber dieser Wasserplanet, der war ja nun wirklich wie so ein skurriles Gemälde. Bodensee. Okay. Bodensee mit Welle. Ja, da hat mich kurz nur das gestört, dass, okay, sie sehen die Welle auf sich zukommt und dann die andere fingert noch an ihren Daten rum und dann, bis sie sich mal überlegen, Welle, große Welle, richtig, richtig blöd. Was, eine Minute sind wie viele Jahre? Eine Stunde sind sieben Jahre oder was auf der Welt. Also ich fand schon, also da haben sie mich kurz verlassen, weil ich hätte niemals den anderen zurückgelassen oder ich wäre nie der gewesen, der zurückbleibt. Wenn die einmal unterwegs mal pinkeln gehen müssen, dann ist der schon drei Jahre älter. Ja. Das ist, also das war ein bisschen blöd und der war halt dann nachher minimal angepisst. Also wenn ich mir vorstelle, wenn mich jemand 17 Jahre... Ich weiß nicht mehr, er war auf jeden Fall deutlich gealtert und war ein bisschen genervt, ja. Das ist wie Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxie, also der Roboter, der... Der sind die Ohrenschmerzen. Genau, den haben sie mal irgendwo im Parkhaus stehen lassen für ein paar Millionen Jahre und dann haben sie ihn gefragt, wie es war und dann hat gesagt, die erste Million Jahre war nicht schön und die zweite war noch viel schlimmer. Und so ähnlich kam mir das dann vor, dass der so 17 Jahre lang so, ja, ich habe da so ein paar Theorien über Gravitation. Aber da hat man endlich mal Zeit. Also ich finde das auch mal schön, wenn ich daheim eine ganze Zeit für mich habe. Ganz allein. Aber so 17 Jahre ist natürlich sehr heftig. Kommt auch sonst keiner vorbei, was? Nee, nee, nee. Kannst dann jemand abends mal irgendwie essen gehen oder so, ist natürlich auch nicht drin. Telefonieren ist auch ein bisschen schwierig. Aber allein die Idee fand ich schon geil. Die Idee war... Das habe ich noch, diese Idee gibt es, also zumindest ich kenne sie nicht, in keinem anderen Film. Nee, keine Ahnung. Zeitdilatation als Storyplot einzubauen. Nee, müsste jetzt, aber es wird irgendjemand unserer netten Zuschauer wird sowas auf jeden Fall wissen. Apropos Idee. Plan A und Plan B, ne? Ja. Also sie haben mich bei dem Plan B, da fange ich immer an, ein bisschen zu philosophieren. Da geht es ja darum, wenn wir die Menschheit nicht wirklich retten können, dann retten wir halt die Samen. Die Eizellen oder Samenzellen, ja. Und ich denke mal, ist das wirklich relevant? Wenn die, also die ganze Menschheit, ja, das ist halt das Überleben der Rasse, aber... Also da gibt es, muss ich dazu sagen, ein paar sehr gute Serienfolgen von Mondbasis Alpha 1. Ach, jetzt sind wir... Here we go again. Da war das auch schon ein Thema. Also da gab es dann so ein paar böse Außerirdische, die haben andere böse Außerirdische, die auch aussahen wie Menschen und dann schon gefressen, weil sie auf ihrem Riesenraumschiff nichts mehr zu futtern hatten und keine Vitamine, außer B, A, S und F. Und die hatten auch als einziges Ziel eine Gendatenbank oder so eine Genbank und die mussten so unbedingt auf einen anderen Planeten bringen. Dauerte es auch möglichst 200 bis 200 Jahre und das war also das Wichtigste. Die haben nur existiert, um diese Gene weiterzubringen. Ich würde auch sagen, also auf meine Gene ist echt keiner scharf, aber... Ja, ich habe jetzt auch noch keine Anfragen gekriegt, aber sonst gegen gewissen Kostenbeitrag. Wie auch immer. Aber es scheint offensichtlich ein menschlich tief verwurzeltes Problem oder ein Wunsch zu sein, die Gene der Menschheit weiter zu... Biologisch. Ja, ich fand auch den Professor nicht ganz nachvollziehbar. Vielleicht habe ich da auch was, er hat es auf Deutsch geguckt, nicht ganz verstanden, wo er gesagt hat, ja, Gravitation, das haben wir gleich. Ich baue schon mal hier, schaue mal, wie das ausschaut. Das ist doch quasi schon ein Raumschiff und dann haben sie mich... Moment, hat er das jetzt das Gebäude, das das Gebäude jetzt nachher abhebt und dann Gebäude in Space oder irgend so was? Und dann so am Schluss, ich habe euch betrogen. Da, die Gleichung hat kein Ende. Danke. Das hatte ich im Studium auch immer. Deswegen ist das auch... Bei der Matrizeninversion in Theorie der Schaltungen, wenn dann plötzlich der Bruch so groß wurde und du weißt... Bin ich falsch abgebogen? Das kann nicht richtig sein. Das ist in der Prüfung kein guter Moment. Ja. Das hat mich ein bisschen... Ich habe mal gedacht, wir wollen das auflösen. Ich habe gedacht, wir werden alle sterben. Das war mir so ein... Aus der Not geboren, dieses Thema mit Plan A, Plan B. Okay. Aber der Film war gut. Also dieses Optische, diese Geschichte, diese schrägen Ideen, das hat mich tierisch unterhalten. Und da hatte ich auch nicht das Gefühl, ich verstehe jetzt nicht alles, also fehlt mir irgendwas. Sondern das konnte ich in diesem Film hinnehmen. Sie haben es ja am Ende auch schön aufgelöst. Also diese Bibliothek, das fand ich mal eine geile Idee. Das war cool, mehrdimensional denken. Mindestens vier, wenn nicht sogar fünf. Weil das ist ja in 2001, weil es garantiert hat jetzt schon wieder jemand einen fünfseitigen Aufsatz in einem Kommentar geschrieben über das Ende von 2001. Ich habe mir einiges von dem Klump durchgelesen, von dem Sternenkind und so weiter, in das er sich dann zurück transformiert, bis zu der Frage, ob der Monolith eigentlich der Erschaffer der Intelligenz ist oder der Überwacher der Intelligenz. Das haben wir hier alles nett. Diesen ganzen Problemkreis. Es ist ziemlich klar, dass die Menschheit sich selbst quasi auf der Scheiße gezogen hat. Ja. Das ist geil. Ich hätte es sogar so weit getrieben, dass es vielleicht sogar er eigentlich war. Aber es stimmt ja nicht. Es war ja eigentlich mehr Murph. Aber gut, wie auch immer. Diese Bibliotheksszene, wo er, wo die eine vierdimensionale oder dreidimensionale Produktion eines vierdimensionalen Zusammenhangs ist, das ist eine geile Idee, weil das ist gar nicht doof. Es war auch optisch gut gemacht. Es war auch optisch gut gemacht. Ja. Und auch, wie es ist, nicht zu mir in 2001, wo man, naja, da hat sich halt jemand damals einen runterkult, sorry. Nee, der hat sich irgendwie LSD zu Gemüte geführt. Das ist ja damals nicht gab. Es gab ja keinen CGI, also da muss eine wirkliche gebaut haben. Was auch dann am Ende, da kann man darüber diskutieren, über diese, was dann erscheint bei 2001, was das alles bedeuten soll. Er ist armer, junger Mann. Aber es wird nichts erklärt. Kubrick hat auch nie was erklärt, mit Absicht. Ich glaube, er hat einen Riesenspaß dran, es nicht zu erklären. Und ich fürchte auch, weil die ganzen Krugscheißer wissen es ja auch nicht. Und das ist, also ich finde schon gut. Bis auf die, die in unseren Kommentaren das sind. Die wissen alles. Alles beantworten werden. Ich finde halt, ich finde halt cool, wenn man, kommt wieder mein anderes Lieblingsbeispiel bei Prestige, man versteht es vielleicht nicht gleich, aber wenn man es nochmal anguckt, dann kann man es dekodieren, weil jetzt die Information ist da und plötzlich macht alles Sinn. Das ist natürlich bei Interstellar auch ganz krass. Also wenn man den das erste Mal sieht, ist es ganz was anderes, als wenn man ihn das zweite Mal sieht, weil dann weiß man auch, warum sich die Bücher bewegen, warum die Abstände da sind. Okay, die Abstände habe ich nicht verstanden. Auch das mit dem Sand und den Bodenmustern, das war wohl ein Versuch. Das mit dem Uhrzeiger, Morrison per Uhrzeiger, also warum Morrison, dann mach es doch, bleib doch bei Esky. Aber egal, das ist jetzt nicht schlimm. Ich fand es cool, wie er das dann zurück, reverse-engineert, dass er eigentlich der Geist ist, wie er das dann rafft und wie sie das dann überträgt und ja gut, dann haben sie so, wie bei Star Trek, haben sie Technobubble, so fill in the blanks. Jetzt haben wir die Gravitation gelöst. Da kann ich aber echt mit leben. Weil der Rest vom Film einfach gepasst hat. War in Ordnung. Ich habe auch gar nicht vorausgesehen, dass er nachher wieder zurückgeht zu seiner quasi nicht Gspusi, aber dann wahrscheinlich schon, weil wir wollen die Zivilisation, weil kleiner Tipp, sie allein mit den vielen Samen und Eizellen, das wird echt anstrengend, eine Zivilisation wieder aufzubauen. Man wächst mit seinen Aufgaben. Weil ihr möchtet gern Liebhaber, zudem ist doch was, der war doch gestorben. Also man sieht sie doch an dem Grab stehen, mit dem Dr. Blubla. Also es wäre echt anstrengend gewesen, die Menschheit da wieder neu zu starten, wobei sie es ja wohl geschafft hat. Aber sie waren doch dann ganz zum Schluss irgendwo in so einem Krankenhaus oder Seniorenheim oder sowas. Nein, 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 das ist Merv. Ach so. Mit der hat er nochmal geredet. Ja, ja. Und sie sagt dann auch zu ihm, es ist blöd, wenn man sein eigenes Kind sterben sieht, geh mal. Ja, ja. Und er hat sich dann gedacht, ja gut, wenn du mich nicht willst, dann gehe ich zu meiner Kollegin, mit der er ja in Out of Space war. Und die hat ja, sieht man im Hintergrund, die Siedlung schon angefangen, wieder aufzubauen. Und da sie den Helm abgenommen hat, könnte man da atmen. Ja. Very good idea. Aber das war offensichtlich kein Problem, die Menschheit wieder aufzubauen. Muss man jetzt nicht die Frage stellen, wie die das macht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Man hat, glaube ich, keine Menschen im Hintergrund gesehen. Da bin ich jetzt nicht sicher. Aber darum ging es auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, um was es eigentlich, also philosophisch hat der Film eigentlich keine Tiefe, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einfach eine nette Idee. Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Das ist, da lerne ich nichts fürs Leben, weil dieser Zustand ist extrem unwahrscheinlich, dass der mich mal betreffen wird. Außer, dass es bei uns ja sowieso auch immer staubiger wird und die Ernte immer schlechter und zu warm. Das ist ein Staub, das geht eigentlich. Na ja, mal zu mal ein bisschen Staub wischen. Aber der Film war geil. Also ich fand den richtig gut. Also ich fand den okay. Nee, geil ist jetzt. Nee, ich fand den geil. Ist genau mein Geschmack. Bäh. Ja, gut. Dann können wir das noch mit Contact abschließen, weil das fand ich an Contact immer so unbefriedigend, dass der am Schluss eigentlich so endet, dass man, dass die meisten denken, Judy Foster hätte wäre Plämpläm und das hätte sie gar nicht erlebt. Und am Schluss kriegen sie dann bloß noch raus, dass diese, ich weiß nicht wie viele Stunden rauschen, das auf ihrer Headcam da aufgezeichnet ist, dass der wirklich sie innerhalb von den paar Sekunden, Stunden aufgezeichnet hat. Und dann so, und? Ich muss zugeben, den Contact habe ich gesehen, ist schon ewig lang her und ich kann mich, außer dass ich Judy Foster mir noch vorstellen kann und diese großen Satellitenschüsseln und was da noch so war, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das ist ein schlechtes Zeichen für einen Film. Ja, ich weiß noch, dass ich unbefriedigt war und habe es dann nachgeguckt. Es endet dann so, dass sie diese, diese Kugel, die reißt, in so eine riesen Figur reinfällt. Das ist schon der zweite Versuch. Und dann macht sie eine Reise mit und dann wird ja alles mögliche erklärt. Aber für die Außenstehenden fällt es ja einfach nur durch. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch irgendwie, ja, jetzt sage ich was, ich weiß, mir fällt jetzt gerade der Autor nicht mehr ein, dass das ein Mordstrara um den Film, aber das so toll ist und so wissenschaftlich, boah, und so durchdacht und ich denke mal, das ist feig. Feig und faul, weil es ist nicht bis zu Ende gedacht. Da wurde, es gab keine Konfrontation, die haben sich das auf einer, auf so einer metaphysischen Ebene, findet dann dieser Kontakt mit diesen Aliens statt. Da ist unheimliche Begegnung der dritten Art noch irgendwie konkreter. Da drehen sich diese Kreise so ineinander, wo diese dann durchgefallen ist. Ja, ja, stimmt. Das wurde ja mitgeteilt. Da war was. Also mir wäre es fast noch lieber gewesen, man hätte dann einfach geschnitten, wo es in das Ding reinfällt. Open End. Ja, ist zwar auch faul, viele Open Ends sind meistens faul. Boah. Ja, du lehnst dich weit aus dem Fenster heute. Da würde ich weit fallen. Durch die Ringe. Herr der Ringe. Ja, haben wir eigentlich jetzt. Aber wir haben jetzt zumindest in diesem Zusammenhang beweisen können, dass es auch Filme von CN gibt, die Spaß machen können. Nolan meinst du? Christopher Nolan. Wir wollten nicht nölen. Doch, zum Rumnölen sind wir hier, weil das mögen die Leute nicht. Ach so. Das haben sich ja auch gefühlte 6.000 beschwert. Nein. Das ist übrigens ganz interessant, interessiert euch nicht, ihr könnt jetzt abschalten. Wieder mal. Die Ablehnungsquote, die war erst relativ positiv für eine freche Kritik. Die lässt dann nach. Dann ging sie runter und jetzt macht sie so hüppeldi, 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 weil die Leute, auch wenige Leute gucken. Aber die Zustimmungsquote, die hat ja zugenommen. Ja, sie wurde jetzt wieder besser. Sie macht jetzt hüppel. Aber es ist natürlich so bei 20, 30 Prozent. Das ist ein Desaster. Also mir ist ja egal, aber es ist, normalerweise habe ich so 98 Prozent Likes und da habe ich halt... Ja, das muss mal anders werden. Du wirst ja größenwahnsinnig. Ja, die Säge sind gut. Der Diskurs ist gut. Das, das, ja, das habe ich doch geschrieben. Aber als ich das in dem Kommentar geschrieben habe, dass ich das total cool finde, dass man endlich so Negativbewertungen kommen und Diskurs, wie du das so ausdrückst, da bin ich ja sogar falsch verstanden worden, weil ja jeder sofort gedacht hätte, ich werde auch gegen deine Meinung. Das war lustig, ja. Das ist quasi die Meta-Ebene des Kommentierens bei YouTube. Ja, hat schon was gemacht. Sollten wir mal einen Film drüber machen. Wir sollten mal wieder so einen Film zerlegen, den wir nicht mögen. Als nächstes kommt, glaube ich, James Bond raus oder so. Da kann ich mit der Kritik jetzt schon anfangen. Du hast ihn doch noch gar nicht gesehen. James Bond kritisiere ich auswendig. Da brauche ich überhaupt, den brauche ich gar nicht mehr gesehen zu haben. Also jedenfalls, die modernen Craig, die kann ich auswendig. Ich mag den total gern. Als James Bond? Ja. Okay, das gibt ein Streitgespräch. Ich sehe es kommen. Mochtest du den letzten? Ich weiß nicht, wann er heißt. Ich mochte, drei hat er gemacht, ne? Skyfall, der einzige gute. Den fand ich gut, ja. Casino Royale. Den fand ich auch, ich fand den gut. Der war einfach... Ich reanimiere mich selbst. Ja. Oh, James Bond. Es ist nicht realistisch. Oh Gott. Ja, aber der war auch sonst doof. Und dann, wie hieß es? Die Damen, die Namen sind immer dämlicher. Der eine... Wie ist es? Spectre? Spectre. Spectre. Ja, Spectre. Egal. Die haben es innen haben sie sich gespart, ne? Sonst wäre es ein In-Spektrum gewesen. Trotzdem. Action. Tolle Gegenden. Er ist wenigstens so schön rotzfrech. Also das gefällt mir an ihm. Die anderen James Bonds, die waren so festgelegt auf ihre English-Understatement-Rolle. Fand ich besser. Da fand ich ja Gerd Fröbe noch interessanter. Gerd Fröbe war super. Richtig böse. Ein super Bösewicht. Aber Brandauer hatte auch was, wobei den... Der hat auch was, ja. Weil Brandauer hat so eine... Auch so eine Pikierlichkeit, so eine präzise Pikierlichkeit. Der Gerd Fröbe ist mir so, ich nehme einen Laser und ich schneide jetzt alles ab, du Sau. Ich möchte, dass sie sterben. Ja. I want you to die. Genau. Und der Brandauer ist mir so, ja, jetzt haben wir hier diese Maschine und die verteilt Stromstöße. Das ist eine witzige Idee. Komm, setz dich mal hin und fass an. Du kannst dich erinnern? Nee. Egal. Fand ich, der hat was. Aber bei den Bösewichten, ja, die weiße Katze war sowieso der beste Bösewicht. Ja gut, Daniel Craig ist natürlich so von seiner Art her so ein bisschen Burschikosa. Also diese eine Foltermethode da auf dem Schiff, die ging schon mächtig auf den Sack. Ja, oh. Ja, jetzt fällt mir das ein, ich habe Schmerzen. Ja, dieser Realismus, den Sie da bei dem Craig... Ja, das ist natürlich den modernen Sehgewohnheiten bestimmt geschuldet. Also wer im Internet die ganzen Realfilme aus irgendwelchen Al-Qaida-Schlacht-Szenen sucht, der wird natürlich mit James Bond auch nicht mehr glücklich, wenn das alles so... Ja, aber das ist kein James Bond mehr. Das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Das ist kein James Bond mehr. James Bond ist irgendein Macho im Anzug, der ein paar Frauen vorher und nachher flachlegt und zwischen ein paar blöde Witze macht. Ja, das ist aber jetzt politisch inkorrekt. Ist mir egal. Ein paar blöde Witze macht. Ach so. Von dem, man weiß schon am Anfang, wer der Böse ist und der Böse weiß auch, wer James Bond ist. Und der Böse weiß auch, dass er hinterher tot sein wird. In den meisten Fällen. Ja, wenn er alle Filme gesehen hat, schon. Ja. Und das Trollige war ja immer, die haben sich immer getroffen und da sagt er, Servus, ich bin der Böse. Also nicht ganz, aber fast so. Und der andere sagt, Servus, ich bin der James Bond. Ja, jetzt spielen wir irgendwas. Und dann hat er Böse natürlich immer verloren. Und dann sind sie auseinandergegangen und etwas später hat dann der James Bond den Bösen umgebracht. Wo war jetzt der Unterschied bei Daniel Craig? Er hat zwischen den... Das ist irgendwie realistischer, wobei Casino Royale ist auch so, ne? Er hat ein ganz anderer Typ. Ja, das sagst du. Also ich finde Skyfall ist der einzige mit Daniel Craig, der super ist. Der hat auch ein geiles Intro. Also ein super, mega, tetra geiles Intro. Wer? Skyfall. Soundtrack ist geil. Das Intro ist visuell geil. und die Szene, wo Judy Dench mit ihm in dem ersten Martin DB5 sitzt aus Goldfinger und sie jetzt fragt, wenn sie nicht brav ist, ob er sie dann auch herauswirft aus dem Auto. Ja, der hat sich so ein bisschen nach hinten verbeugt, finde ich. Ja. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Ich finde ihn als Charakter irgendwie interessant, weil er so anders ist. Mir fällt es, wenn man was anders ist. und deswegen ist, ja, das ist doch egal. Okay. Agree to disagree. Wir werden uns dann hier wiedersehen. Wie heißt der neue James Bond? Keine Zeit zu sterben. Ich habe ja schon mal kommentiert, er sollte sich ein bisschen Zeit nehmen. Oder wir sorgen dafür. Das hätte ich sagen. I want you to die Mr. Bond. Ja. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Am besten was Kontroverses. Weil er wird es beantworten, ich nicht. Aha. Okay. Ausgemacht. Macht doch, was ihr wollt. Das machen unsere... Wir machen ja auch, was wir wollen. Unsere hochverehrten Zuschauer. Hat mir auch mal gesagt, ich sollte mal die Zuschauer begrüßen am Anfang. Nö. Ja, servus. Nö. Also nicht? Nö. Man macht das in Serien auch so, dass man mitten in die Handlung reinfällt. Wir sind ja quasi ein einziger Cliffhanger, ne? Ja. Wird Ihnen in der nächsten Folge wieder was Blödes einfallen? Niemals. Okay. Hören wir jetzt einfach mal auf, weil das lassen wir dann offen. Ja. Also ich finde den Craig echt klasse. Keine Ahnung. Aber... Keine Ahnung. Der Interstellar, der ist gut. Der ist richtig gut. Ich finde den... Der ist okay. Gut, dass wir nicht geheiratet haben. Ja, aber wir wollten... Wir wollten ja nicht. In einen Kommentaren wollten wir ja schon. Genau. Ja, okay. Gut. Dann... Das ist ein gutes Endwort. Schlusswort. Gott, dann schalte ich dich jetzt ab. Genau. Obwohl, ich komme nicht hin. Soll ich da mal... Drück mal auf den roten Knopf. Dieser rote Knopf nicht draufdrücken. Nicht draufdrücken, oder? Nicht draufdrücken. Press the A-Button. Danke. Danke.